Hallo ihr Lieben, hier ist Ivan aus dem Sportpark in Freiburg und wir machen jetzt ein ganz Körper-Training-Workout. Ich vermisse euch und hoffe, dass bei euch alles gut ist und ihr durchhält. Viel Spaß, genießt die Stunde. Was wir brauchen, ist nur eine Matte und eine Hantel. Zum Beispiel, das ist hier 5 Kilo und wenn du schon eine Hantel zu Hause hast, perfekt. Wenn nicht, dann besorg dir eine, weil wir wissen nicht, wie lange noch. Wenn du was nicht hast, heute kannst du irgendeine Flasche oder irgendwas, die ein bisschen schwer ist als 2 Kilo zum Beispiel. Okay, super, viel Spaß. Super. Wir machen nur ein bisschen für mich auch noch Musik. Gut. Super. Motivation ist das Wichtigste. Okay? Ihr Lieben, auch für mich. Wenn ich hier die Musik nicht gut für mich habe, ist es dann so. Und so sollst du für dich auch zu Hause machen, ja? Dass du dich motivierst. Musik laut. Was zum Trinken. Neue Klamotten. Okay. Es geht los. Wir drehen nur die Schulter. Komm. Komm. Lochen. Es geht los. Wir verrachen. Nach hinten. Arm. Arm. Bleiben hier. Nach vorne. Nach hinten. 1, 2, 3, nach vorne, 1, 2, 3, nach hinten, nach vorne, die letzte Runde, nach vorne, gut, ein Atem hoch, ziehen, zurück und relax, hopp, zieh zur Seite, lang, 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 wieder zurück, relax, nach vorne, cross, Bauch nach innen, mach deine Rücken hoch, öffnen wieder, lang, 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 sehr gut, komm mit den Händen auf die Oberschenkel, streck den Po nach hinten, strecken, zieh, strecken, zieh, sehr gut, schieb den Po und zieh den Bauch nach oben, ok, letztes Mal, ok, bleibe hier, gut, Wir machen weiter, wir probieren den Oberkörper und die Hüfte mitzudrehen, bist du bereit? Push, push, gut, Hüfte, ab und hier aus, ok, hoch, Gut, noch weiter, ok, bleibe hier, zieh deine Ferse bis zur Po, die letzte Runde, wir machen den Kniegelenk, Fußgelenk und die Hüfte gelenk, bereit, ja, ok, zieh deine Nien seitlich, Komm, komm, super, ok, bleibe hier und spring, spring rechts und links, wir machen uns warm, das ist nur die erste Lied, Gut, hier, gut, here we go, bleibe hier, run, 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 bist du bereit? Gut, run, 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 macht weiter, spürt dein Herz und relax, gut, Beine locker, Unsere erste Übung sind diese Runnings, bist du bereit? Wir machen 45 Sekunden, ja, ich lasse hier meine Uhr für mich arbeiten, 45 Sekunden Pause, äh Power und 15 Sekunden Pause, Auf geht's, go, run, 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 run Gut. 20 Sekunden noch. 20 Sekunden. Aber so kann ich es sehen. Die letzte 15. Gut ihr Lieben. Running. Running. Die letzte. Und relax. Gut. Kurz Pause. Schüttel. 15 Sekunden. Die nächste Übung sind Squats. Du kommst tief und du hebst die Fersen hoch. Okay? Auf geht's. Nur die Fersen. So dass du die Popmuskulatur hinter den Oberschenken und die Wade mittrainierst. Und noch 20 Sekunden. Spann deinen Bauch fest. Zieh den Bauch nach innen. Wenn du oben bist. Hier schön entspannen. Die letzte 5. 4. 3. 2. Unrelax. Super. Gut gemacht. Bist du bereit? Der nächste Übung ist 15 Sekunden hier in den Plank. Komm schon innen bereit. Achtung. Rechts. Links. Knie absetzen. Push-up. Nochmal. Rechts. Links. Knie absetzen. Push-up. Rechts. Links. Knie absetzen. Push-up. Rechts. Links. Knie absetzen. Push-up. Nochmal. Hup. 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 Absetzen. Push-up. Wieder. Hup. Bleib stark. Lass diese erste Runde die Knie erst mal auf dem Boden. Ich habe das nicht erwähnt. Gleiche. Steigen wir das Training. Okay. Vier, drei, zwei, relax. Pause. Schütteln. Gut. Wir machen wieder von vorne. Alles klar? Diese Runnings. Bist du bereit? Jetzt. Auf geht's. Running. Option. Hier. Du gehst nach rechts und nach links. Komm. Option, dass du hier Running machen. Einverstanden? Level eins. Bleibst du hier. Level zwei gehst du nach rechts und nach links so schnell, wie für dich möglich ist. Gut. Noch zwanzig Sekunden. Level one. Das ist ein Samba-Lied, deswegen komm bei mir durch. Komm, komm. Gib Gas, gib Gas. Pause. Bleib locker. Unsere zweite Übung. Weißt du noch? Hier fährst du hoch. Jetzt. Level zwei. Hier. Zwei. One. Jump. Jump. Komm. Wenn du nicht springen willst, mach die Ferse hoch. Schau. Wenn du springen willst. Hier. Ganz wichtig. Direkt einfedern. Hopp. Hopp. Let's go. Noch 15 Sekunden. Halte durch. Noch. Hier. Hopp. 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 Die letzte vier. Drei. Zwei. Eins. Und relax. Bravo. Wir sind wieder hier. Bist du bereit? Level zwei. Schau mal. Hier. In den Plank. Rechts. Links. Nach unten kommen. Und wieder hoch. Rechts. Links. Nach unten kommen. Ohne Knie. Absetzen. Und dann hoch. Hopp. Level one. Knie. Knie absetzen. Level two. Ohne Knie nach unten. Und dann nach oben gehen. Mit Knie. Und Beine durchstrecken. Go. Go. Jeder in seine Level. Mit Knie. Level one. Ohne Knie. Level two. Gut. Gut. Ihr Lieben. Rest. Wir starten wieder von vorne. Die dritte Runde. Alles klar? Runnings. Und Runnings. Okay? Auf geht's. Level one hier. Level two hier. Macht weiter. Und ich erkläre euch den Level three. Lauf. 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 Komm runter mit dem Popo. Nicht nur hier. Sondern du gehst runter. Und. Ist der erste Bewegung mit dem Core. Wo du hier runter kommst. Ja? Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Und relax. Ready? Quero dançar. Level three. Gut gemacht. Level three. Schau. Hier. Level one. Macht mit. Das hat schon gestartet. Level two hier. Level three. Jump four. Jump back. Jump four. Jump back. Okay? Level eins. Nur die Fersen. Level zwei. Jump. Level drei. Jump four. Jump back. Jump four. Jump back. Let's go. Noch. Noch. Zehn Sekunden. Gib Gas. Alles was du hast. Jump four. Jump back. Jump four. Jump back. Oder am Platz. Und relax. Gut gemacht. Achtung. Atmen tief. Ein und aus. Gut. Achtung. Level one. Hier. Knie absetzen. Push up. Ja? Level two. Hier. Knie absetzen. Push hoch. Auf geht's. Level three. Du kommst runter. Und hoch. Hopp. 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 Ready? Keep Gas. Du entscheidest deine Level. Die letzten 20 Sekunden. Level one. Two. Oder three. Let's go. Du darfst natürlich hier. oder hier. Die letzte. Und relax. Gut gemacht. Pause, Leute. Pause. Warte mal kurz. Ich mache eine kurze Pause. Gut. 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 Gut ihr Lieben. Atmen tief ein und aus. Das war unser erster Block. Ja? Relax. Atmen tief ein und aus. Gut. Block zwei. Wir haben jetzt diese Handel. Ready? Achtung. Achtung. Zehn Sekunden. Erste Übung. Rechte Beine nach vorne. Rechte Beine zurück. Ready? Handel. Auf geht's. Hin. Und zurück. Nochmal. Hin. Und zurück. Komm. Level one. Jeder kann das machen. Wenn du neu dabei bist, mach langsamer. und mach deine Tab hier. Wenn du schon öfters dabei bist, push hoch. Nochmal. Wichtig. Deine Knie geht nach unten unter deine Hüfte. Leute, noch 25 Sekunden. Oh. Gib Gas. Hoch. 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 Letzte Runde. Zehn Sekunden. Zum Schluss. Let's go. Hop. 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 Vier. Drei. Zwei. Und relax. Beine lockern. Alles gut? Sehr schön. Sehr schön. Wir machen das gleich mit links. Direkt den anderen Seil. Four. Three. Two. Links. 90 Grad. Hier. Oder hoch. Okay? Du entscheidest. Hoch. Hauptsache, du achtest darauf, dass deine hintere Beine, dass deine Knie gebeugt ist Richtung Boden. Let's go. Hier. Nicht das machen. Sondern dieses Knie bleibt. Und dieses Knie geht nach unten. Let's go. Noch zehn Sekunden. Achtet auf die Technik. Fünf. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und relax. Bravo. Gut. Übung Nummer zwei. Achtung. Wir sind in den Plank. Du ziehst. Du ziehst deine Hand durch. Mit deiner rechter Hand. Und mit deiner linken Hand. Nur das. Knie auf den Boden. Linker Hand. Push. Rechter Hand. Push. Linker Hand. Push. Rechter Hand. Push. Hopp. Let's go. Hier in seine Level. Ja. Noch 15 Sekunden. Hier auf. Machen wir gleich mit Beinen durchgestreckt. Wenn du durchtrainiert bist. Natürlich. Darfst du schon hier starten. Wieso nicht? Ja. Ich gebe nur die Option. Ziehen. Mit Knie auf den Boden. Okay. Pause. Wie geht's euch? Merkt ihr schon was? Gut. Setzt euch bitte hin. Ich mache in die Richtung. Nimm bitte die Hand. Ready? Hier. Sehr gut. Deine Oberkörper bleibt fest. Ja. Und du bist ein bisschen nach hinten. In deine Nähe. Deine Bauch zieht sich nach vorne. Das ist Level one. Die letzte Runde. Noch 15 Sekunden. Halt durch. Atme aus. Ein. Aus. Ein. Schwitz dir auf. Zwei. Eins. Und relax. 15 Sekunden. Pause. Ja. Wir haben uns jetzt verändern. Ja. Jetzt Achtung. Level zwei. Mit mir. Du gehst vor. Twist. Und zurück. Vor. Twist. Und wieder hier. Vor. Twist. Ganz wichtig. Diese Knie nah am Boden. Drehen. Und wieder hoch. Diese Push hier. Oder wenn bei dir das zu schwer ist, darfst du immer noch das machen. Okay. Du darfst hier. Oder mit Rotation. Du entscheidest. Noch 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Und relax. Und noch hoch. Gut. Bereit sich vor. Für links. Schaut nochmal. Hier. Oberkörper drehen. Und wieder push zurück. Ready? Let's go. Tief. Twist. Hier absetzen. Oder du gehst hier hoch. Come on. Let's go. Halt durch. Ich weiß, das Training ist intensiv. Unser Ziel ist hier auch ein Heat Training. Ja. High Intensity Interval Training. Auf geht's. Die letzte. Vier. Drei. Zwei. Und relax. Komm bitte auf den Boden. Bist du bereit? Level one war hier. Okay. Level two. Ziehst du die Knie weg? Schau. Schau. One. Two. Three. Four. Five. Six. Nicht zu viel die Beine wackeln lassen. Die Beine stabilisieren. Die Bewegung ist aus dem Oberkörper. Noch was? Nicht nur die Arme, sondern dein Oberkörper muss sich drehen. Let's go. Let's go. Die letzten 10 Sekunden. Halte durch. Bleib stark. Wir sind gleich fertig. Vier. Drei. Zwei. Und relax. Wow. Leute. Sommer. Der Sommer kommt. Kommt. Glaubt daran. Gut. Unser dritter Hunde. Unser dritter Hunde. Level drei. Ready? Ausfallschritt. Twist. And lift. Ready? Auf geht's. Twist. Lift. Twist. Lift. Twist. Lift. Ready? Twist. Und lift. Kommt. Ganz wichtig. Du darfst natürlich. Du darfst natürlich hier machen. Oder du gibst. Kommt. Noch 15 Sekunden. Lift. 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 Und relax. Bravo. Das andere Bein. Let's go. Wir gehen mit links nach vorne. Twisten. Hier oder hier. Zwei. Eins. Let's go. Wichtig. 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 Dass du stabil bist. Wenn bei dir so wackelig ist. Nicht schlimm. Halte durch. Macht weiter. Und probier zu stabilisieren. Okay. Let's go. Twist. Und over half press. Letzte. 15 Sekunden. Die letzte zwei. Drei. Eins. Und relax. Gut. Gut gemacht. Achtung. Komm bitte auf die Knie. Hier. Wisst ihr noch? Mit linker Hand ziehen. Push-up. Ja. Auf geht's. Link. Rechte Hand ziehen. Push-up ist Level 1. Guck. Level 2 war hier. Komm. Gleicher Prinzip. Wie vorhin. Push. Oder Level 3. Komm. Up. Pus. Auf. Sieh. Yay. Let's go. Du hast noch 10 Sekunden. Gute 10 Sekunden. Push-up. Level 1 auf die Knie. Level 2. On a Knie. Level 3. On a Knie. Und hoch. Die letzte. Und relax. Bravo. Let's go. Überraschung. Level 1 hier. Level 2 hier. Weißt du noch? Atmen. Let's go. Level 1 hier. Level 2 hier. Level 3. Twist. Lift. Twist. Kick. Twist. Kick. Nur für die Leute, die schon Fortgeschrittene sind. Ja? Du musst nicht. Du darfst hier machen. Hauptsache hast du keine Ausreden. Ja? Wenn das zu schnell ist, mach es langsamer. Sehr gut. Gut. 2, 3, 1. Fertig. Wie geht's? Merkst du schon was? Gut. Jetzt darfst du eine längere Pause machen. Trinket was. Und wir machen unser letzter Block. Ready? Unser letzter Block. Ich schwitze, ja? Ich weiß jetzt nicht, wie bei dir ist. Ich merke schon. Gut. Atme tief ein und aus. Und jetzt kommt der dritte Block. Der erste Block war ohne Hantel. Der zweite Block mit Hantel. Ja? Relax. Der dritte Block wird hier mit Hantel. In Kombination, wie wir den ersten Block gemacht haben. Weißt du noch? Die Squats? Genau. Jetzt ist deine Fußspitze nach außen und deine Ferse nach innen. Du bist mit dem Hantel hier. Du gehst auf den tiefsten Punkt und wieder hoch. Auf geht's. Sumo Squat. So tief, wie es geht. Wenn ich die Arme hier strecke, ist der nach unten. Schau. Und wieder hoch. Ja? Ellenbogen bis zur Kenie. Und wieder hoch. Ellenbogen bis zur Kenie. Und hoch. Ellenbogen bis zur Kenie. Und hoch. Leute, das ist unser letzter Block. Halte durch. Die letzte 20 Sekunden. Versen nach innen. Fußspitze nach außen. Zwei Uhr. Ja? Und zehn Uhr. Bauch nach innen hier. Fest. Nicht in Hohlkreuze gehen. Hier. Sehr gut. Die letzte fünf Sekunden. Fünf Sekunden. Nicht aufgeben. Und relax. Pause. Bist du bereit? Gut. Unser Block ist, bist du hier wieder auf den Knie. Auf dem Boden. Du gehst nach hinten. Trizeps. Press. Komm. Dein Bauch ist fest. Nicht in Hohlkreuz. Sich nach hinten leeren. Hinten und hoch. Komm. Drittes. Go. 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 Dein Bauch ist fest. Bauch ist fest. Komm. Dein Kinn ist hier. Wieso? Und nicht hier. Gerade. Tief und hoch. Das ist unsere zweite Übung. Noch fünf Sekunden. Fünf Sekunden. Vier. Drei. Zwei. Und relax. Gut. Leute. Legt euch bitte auf den Rücken. Übung Nummer drei. Schaut bitte hier. Du gehst mit Armen nach hinten und wieder zurück. Deine Rücken ist fest. Komm. Du darfst deinen Kopf auf den Boden lassen. Und wieder hier. Oder du ziehst ein bisschen hier den Kopf hoch. Ja. Auf geht's. Den Hand nicht absetzen. Das heißt. Und wieder zurück. Hopp. Weitermachen. Noch 15 Sekunden. Knie. 90 Grad Winkel. Bauch fest. Richtung Rücken ziehen. Die letzte vier Sekunden. Drei. Zwei. Und relax. Bravo. Super. Komm hoch. Keine Gnade. Weißt du noch? The Level one war hier. Level two. Tief. Tief. Ferser. Und hoch. Tief. Ferser hoch. Und push. Tief. Hopp. Hopp. Tief. Hopp. Let's go. Hopp. Komm. Popo tief. Ferser hoch. Und wieder zurück. Die Ellenbogen nicht absetzen. Hier. Auf die Innenseite von den Knie. Bauch nach innen ziehen. Noch 5. Noch 10 Sekunden. 10 Sekunden. Das klappt noch. Komm. Komm, komm, komm. Noch 4. 3. 2. Und relax. Bravo. Locker. Gut. Level zwei. Weißt du noch? Wir waren hier. Okay. Jetzt Achtung. Eine Beine hoch. Andere Beine. Komm. Wichtig. Du bist im Bauchbereich. Hier fest. Ja. Das muss aussehen hier. Denk, du hast so eine Gurken hier, die dich stabilisiert. Ja. Level eins war hier. Achtung. Du bist nicht gerade. Wir lehnen uns nach hinten. 15 Sekunden. Batidon. Zwei. Eins. Okay. Leg dich bitte auf den Rücken. Eieieieiei. Bist du, bist du, ist dir gut? Gut. Ach, Quatsch, oder? Komm hoch. Sehr gut. Hier. Hatten wir schon den letzten? Gut. Auf geht's. Bereit sich vor. Wir beenden das alles. Du gehst hier. Ferser hoch. Ferser hoch. Und Ferser hoch. Bist du bereit? Komm. Relax. Der letzte Runde. Bist du ganz tief. Wir behalten den Bauch fest. Und wir heben die Ferser hoch. Okay. Die letzte vier. Drei. Zwei. Und let's go. Tief. Ferser hoch. Ferser hoch. Und push. Tief. Ferser. One. Two. Three. Hopp. One. Two. Three. Hopp. Das ist der letzte Level. Halte durch. Wir sind gleich fertig. Here we go. Popo tief. Ferser hoch. One. Two. Three. Hopp. Komm, let's go. Die letzte Runde. Die letzte Runde. Die letzte. Die letzte. Zehn Sekunden zum Schluss. Popo tief. Ferser. Two. Three. Und wieder push. Ich muss wieder von vorne starten hier. Die letzte. Sehr gut. Okay. Und Pause. Pause. Sehr gut. Sehr gut. Wie geht's euch? Okay. Wir kommen nach unten wieder. Unsere letzte Runde. Okay. Drei. Zwei. Eins. Sehr gut. Jetzt geht's wieder von vorne. Starten. Let's go. Achtung. Hier. Bei Level 2. Jetzt du machst Kick. Kick. Ganz wichtig. Nicht das Becken kippen. Samba. Du darfst natürlich nur das machen. Nicht vergessen. No stress, Leute. No stress. Level 2. Hier. Level 3. Beider Fuß. Die letzte. Und. Relax. Pause, ihr Lieben. Okay. Wir kommen zurück zu unserer letzten Übung. Level 3. Ciao. Auf den Rücken legen. Sehr gut. Wir gehen mit den Armen nach hinten. Und zurück. Mit den Armen nach hinten. Mit den Armen nach hinten. Und zurück. Let's go. Mit den anderen Beinen. Und zurück. Go. Go, 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 go. Let's go, let's go. Die letzte Runde. Die letzte Runde. Bleib stark. Du bist hier. Oder du bist hier. Wenn du länger dabei bist, darfst du natürlich so machen. Achtet auf deinen Nacken. Ja. Hier. Oder hier. Die letzte Runde. Ready? Und. Relax. Finish. Super. Zum Schluss. Ich weiß es. Ihr werdet mich hassen. Ihr werdet mich hassen. Aber. Wir machen das trotzdem. Die letzte Übung. Sind Runnings. Kennt ihr das? Komm mit mir. Setz die Hände genau unter die Schulter. Und streck die Beine aus. Wir machen auch in drei Levels. Achtung. Level 1. Hier. Bist du bereit? Auf geht's. One. Two. Three. Three. Du darfst natürlich intensivieren. Aber. Wir sind noch mit dem Fuß auf dem Boden. Im Wechsel. Wir beschleunigen noch nicht. Ja. Halte durch. Der letzte Übung. Zum Schluss. Runnings. Let's go. Let's go. Let's go. 45 Sekunden. Runnings. Wir sind bei dem Level 1. Das einzige was du machst ist das Tempo intensivieren. 2. 1. Und. Relax. Komm. Schüttel deine Hände. Setz dich nach hinten. Locker. Ah. Du darfst ein bisschen den Rücken bewegen. Gut. Wir gehen weiter. Die letzte Runde. Achtung. Jetzt. Running. Hop. Im Wechsel. Im Wechsel. Im Wechsel. Ein kleiner Sprung. Der erste war hier. Die zweite. Hop. 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 Deine Bauch ist fest. Deine Nacken darf nicht so sein. Lange Nacken. Hop. 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 Noch 15 Sekunden. Halte durch. Ich weiß es. Das ist hart. Hop. Wenn du müde bist. Ich starte wieder von vorne. Du darfst wieder langsamer machen. Oder hier. Hop. Locker lassen. Die Hände schütteln. Gut. Achtung. Ihr Lieben. Du machst jetzt. Wir machen jetzt nicht 15 Sekunden Pause. Wir dürfen jetzt 30 Sekunden Pause machen. Dadurch. Ich will, dass du bei den letzten Runnings alles gibst. Okay. Alles okay bei euch? Ja, ja. Locker lassen. Handgelenk lockern. Hier. Flex. Point. Super. Relax. Wir haben Zeit. Kreis die Hände. Nacken runter. Die letzte Runde. Bleib stark. Deinen Bauch. Du darfst hier kurz dehnen. Schau. Im Wechsel zum Beispiel. Gut. Nach außen. Bauch nach innen. Hand. Relax. 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 Der letzte Running startet jetzt. ist 15 Sekunden, äh, 45 Sekunden Power. Ausgangsposition. 4, 3, 2, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Alles, was du hast. Alles, was du hast. Es startet in den Level 3. Wenn du nicht mehr kannst, darfst du natürlich, tap, 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 tap. Du machst hier. Hauptsache, du bist nicht so, ja. Komm, 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 komm. Die letzte 15 Sekunden machen wir zusammen. Let's go. Gut. Die letzte 4, 3, 2, uh. Nach hinten hinsetzen. Die Handfläche nach oben. Deine Stirn auf den Boden setzen. Sehr gut. Entspann. Relax. Atem tief ein und aus. Sehr gut. Jetzt komm langsam hoch und setz dich hier. Wie ist dieser Sitz bei dir? Geht das? Wenn das nicht gemütlich ist, darfst du natürlich komplett sich hier hinsetzen. Du darfst hier sich so her setzen oder hier. Bleib noch einen Moment noch. Relax. Spür dein Herz. Spür dein Atem. Super. Wir können jetzt unser Timer beenden. Stimmt. Gut. Atem tief ein und aus und relax. Komm langsam. Erstmal auf die Knie. Setz die Fuß auf. Hammer. Atem tief ein und aus. Beruhigt erstmal deine Körper. Super. Komm langsam hoch. Bleib hier auf die Knie noch. Atem tief ein und aus. Sehr gut. Jetzt setz einen Fuß nach dem anderen vor. Komm langsam hoch. Super. Ihr Lieben. Das war ein High Intensity Interval Training. In drei Levels immer. Ja. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß dabei habt. Und ich wünsche euch natürlich eine schöne Zeit noch. Haltet durch. Bald sehen wir uns wieder hier. Ja. Oder in dem nächsten Online Video. Oder hier vielleicht irgendwo. Liebe Grüße. Bis nächstes Mal. Ciao. Ciao. Bis nächstes Mal. Bis Thus. Bis bulb.